Stephen Hawking ist nicht nur einer der renommiertesten Wissenschaftler weltweit gewesen. Er war auch ein großer Visionär und hat auch durchaus Kontroverse Thesen vertreten und er hat auch verrückte Experimente gemacht. Eines davon betrifft Zeitreisen, denn Hawking schloss zumindest die Möglichkeit nicht aus, dass es Zeitreisen geben könne. Was es also mit Hawkings Zeitreisen auf sich hat, jetzt in unserer kleinen Serie in loser Folge in Memoriam Stephen Hawking bei Clixoom Science & Fiction. Herzlich Willkommen! Stephen Hawking ist sich sicher. In der Zukunft werden wir in die Zukunft reisen können. Und das ist eigentlich auch nichts Besonderes, wenn man sich mit der speziellen Relativitätstheorie beschäftigt. Da Licht sich immer mit derselben Geschwindigkeit fortbewegt. Ja, ich weiß, in verschiedenen Medien ist das anders. Was aber mit der Interaktion der Photonen, also der Lichtteilchen, mit den Teilchen dort zu tun hat, also eine Pause darstellt. Also Licht hat eine unabänderliche Geschwindigkeit 299.097,458 Meter pro Sekunde. Das sind so rund eine Milliarde Kilometer pro Stunde. Da die Lichtgeschwindigkeit aber unabänderlich ist, muss sich alles darum verändern. Raum und Zeit werden gekrümmt. Bei hohen Geschwindigkeiten führt das zu einem langsameren Verlauf der Zeit. Das heißt im Umkehrschluss außerhalb zum Beispiel meines Raumschiffes verläuft die Zeit viel schneller. Das kann zum Beispiel heißen, dass an Bord eines schnell fliegenden Raumschiffes ein Jahr vergeht, während auf der Erde zehn Jahre vergehen. Auf diese Weise könnte ich in die Zukunft reisen. Aber geht es auch zurück? Es gibt ja in der Quantenphysik Modelle, die Reisen in die Vergangenheit ermöglichen. Allerdings nur dort. Es geht um schwarze Löcher, die die Raumzeit so stark krümmen, dass sie am Ende auf sich zurückgekrümmt sind. Doch es gibt ein Problem. Ein wichtiges Prinzip der Physik, Ursache und Wirkung, würde damit auf den Kopf gestellt werden. Denn die Ursache liegt demnach immer in der Vergangenheit und die Wirkung in der Zukunft. Deshalb wagte Hawking ein spannendes Experiment. Er veranstaltete eine Party, schickte die Einladung aber erst danach auf besonderes haltbarem Papier ab, das also Jahrtausende überdauern würde. Nachfahren von uns hätten die Einladung eigentlich finden müssen, doch auf der Party erschien kein einziger Gast. Zumindest in diesem Experiment konnte er also Ursache, verschickende Einladung in der Zukunft und Wirkung, Partygäste in der Vergangenheit nicht umkehren. Es spricht also einiges dafür, dass es Zeitreisen in die Vergangenheit nicht gibt. Wir hätten solche Zeitreisende schon längst aufspüren müssen. Aber es gibt ja eine Quelle, die viel effizienter in der Lage ist, Zeitreisende aufzuspüren, das Internet. Und da hat sich ein Forschungsteam daran gemacht, das nach Zeitreisenden zu durchsuchen. Sie forschen einfach auf Twitter nach, ob es jeweils einen einzigen Tweet gibt, der das Erscheinen des Kometen Ison 2012 voraussagt oder die Wahl von Jorge Bergoglio zum Papst Franziskus. Das Ergebnis auf ganz Twitter gibt es keinen einzigen Tweet, der eins dieser beiden Ereignisse voraussagt. Es sieht also schwer danach aus, als das höchstwahrscheinlich Zeitreisen in die Vergangenheit nie möglich sein werden. Es scheint also so, dass es wahrscheinlich im Bereich der Quantenphysik Bewegungen in der umgekehrten Zeitrichtung geben könnte. Aber für uns Menschen das nie Realität wird. Auf die neuesten Erkenntnisse dazu bin ich gespannt. Wenn ihr als erstes neues zum Thema Zeitreisen und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Hier ist ein direkter Link. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt doch direkt über mich in der Redaktion von Clixoom mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Clixoom passiert. Der direkte Draht zu mir einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, damit dafür auch draufklicken. Stephen Hawking ist tot. Das war ja eine wirklich sehr, sehr traurige Meldung und da gibt es alles zum Thema. Ansonsten bis dann, bleibt dran.